Die Nacht der Kultur- und Weinbotschafter in Diermstein. Auch wenn wir Sie dieses Jahr nicht persönlich in der Perle des Leininger Landes begrüßen können, freuen wir uns umso mehr, wenn Sie uns auf unserer virtuellen Reise durch Diermstein und Diermsteiner Weinen begleiten. Erleben Sie Kultur, Wein und Tradition aus der Perle des Leininger Landes. Bestellen Sie Ihr Paket mit Weinen und kulinarischen Köstlichkeiten jetzt. Gehen Sie mit uns auf Perlen-Entdeckungstour. Erleben Sie Diermstein von seiner schönsten Seite. Wenn Sie wissen möchten, was es mit diesen Herrschaften hier auf sich hat, dann seien Sie dabei. Dafür brauchen Sie Wein, Kulinarisches, Perlen und noch ein bisschen mehr. Das bekommen Sie von uns. Am Samstag, den 30. Oktober um 18.30 Uhr. Seien Sie dabei, wir freuen uns schon sehr.